ja hallo liebe keiner unity diesem monat bleibt unser produkt des monats leider leer ja und ich möchte in diesem zug darauf aufmerksam machen dass wir uns sehr freuen euer produkt hier als produkt des monats zu präsentieren also denkt bitte daran dass wir immer ein bisschen unterstützung brauchen zur erstellung von guten content und regelmäßigen content und danke für eure unterstützung und dass sie immer fleißig dabei seid zum zuschauen jetzt aber herzlich willkommen zu den keiner news aus dem oktober zunächst eine meldung aus österreich zugechillt ist leider auch auffällig ein 25 jähriger autofahrer wurde auf der a1 bei salzburg von der polizei erwischt weil er mit deutlich zu geringer geschwindigkeit unterwegs war zwischen eugendorf und hallwang vorher mit etwa 75 stundenkilometer bei einer tempo 100 zone und zudem etwas auf dem pannstreifen also zweit rechts ja die polizei stoppte ihn nach einer kurzen verfolgung bei der raststation salzburg kasern ein alkoholtest zeigte 0,0 promille aber die warnten blieben aufdringlich und so ergab ein weiterer drogentest dass er positiv auf cannabis war der mann verlor daraufhin natürlich sein führerschein wurde angezeigt und durfte nicht weiter fahren ja man würde es lieber sehen wenn sich die polizei um raser kümmert so ist es also auch gefährlich zu langsam zu fahren also leute gas 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 geben vergessen in österreich die wir sind unterwegs und zwar in lackenbach bezig oberpullendorf kam es letzte woche zu einem diebstahl von hams blüten aus einem folien tunnel beim gestohlenen also bei dem gestohlenen hams handelt es sich um cbd nutz hams blüten das betroffene unternehmen spricht von einem erheblichen schaden da die blüten für die erstellung von cbd produkten vorgesehen waren die polizei ermittelte in dem fall und hat bereits spuren gesichert fingerdrücke und video material werden derzeit ausgewertet das unternehmen ruft vier vier social media sorry zu hinweisen auf und hat eine belohnung für informationen ausgesetzt die zurückgreifung der täter führen es braucht einfach mehr gefahrenschilder die jugendliche darauf hinweisen dass es sich um keine rauchware handelt die sich zu klauen lohnt jedenfalls sehr ärgerlich für jeden unternehmer oder bauern welche viel zeit und arbeit darin investiert haben und ja und noch eine meldung aus österreich geplante deutsche cannabis freigabe gefährdet österreich ja die oberösterreichische volkspartei kurz vp kritisiert die geplante cannabis freigabe in deutschland der gesetzestext sieht keine einschränkung nach staatsbürgerschaft oder wohnsitz vor damit könnten auch österreicherinnen österreicher cannabis legal besitzen und anbauen und oövp landesgeschäftsführer florian hegelsberger sieht dann eine gefahr für sicherheits und jugendschutz und gesundheitsinteressen österreichs erfordert die bundesregierung auf sich gegen die freigabe zu stellen die oövp ist auch alarmiert über das bestreben der deutschen bundesregierung bestehende europarechtliche rahmenbedingungen in bezug auf cannabis zu flexibilisieren hegelsberg kritisiert dass die grünen ministerianes rauch und alma zahle bisher nicht klarstellung gegen die freigabe bezogen haben ja lieber herr hegelsberger vielleicht weil die anderen das besser verstanden haben als sie denn es muss ein wohnsitz in deutschland bestehen oder zumindest ein gewöhnlicher aufenthalt in deutschland und der gewöhnliche aufenthalt in deutschland bezeichnet den ort an dem eine person ihren lebensmittelpunkt hat das umfasst dauerhafte und kontinuierliche aufenthalt kein kurzfristiger oder vorübergehende aufenthalt also mal kurz um die grenze fahren und sich was zu kiffen holen ist damit also nicht drin der hauptwohnsitz mit persönlichen und beruflichen bedingungen absicht zur dauerhaften rückkehr regelmäßige rückkehr zu dem ort auch bei zwei bei zeitweiliger abwesenheit okay ich denke sie informieren sich besser noch mal ein bisschen bevor sie solche aussagen tätigen aber nun weiter nach frankreich ja ein lkw der von spanien nach deutschland unterwegs war wurde von einem französischen soll ja an einem rastplatz bei tieren will kontrolliert ursprünglich beladen mit kleidungspaketen fahren die beamten zwischen den klamotten 43 götterungs mit insgesamt 518 kilogramm cannabis der fahrer der zu einem industriegebiet bei granada geschickt wurde wurde in einem beschleunigten verfahren zu drei jahren haft und einer zollstrafe von 2,5 millionen euro verurteilt sowohl das marihuana als auch die gesamten lastzug wurden natürlich sichergestellt die mafia hat indessen vier neue fahrer eingestellt ja auf nach deutschland bayern plant eine spezielle einheit die csu möchte hart gegen cannabis konsumenten vorgehen und begründet ist mit dem ziel den konsum der als gefährlich betrachteten droge einzudämmen kritiker werfen der csu vor cannabis unnötig zu demonisieren und den rechtsstaat zu ignorieren die geplante einheit wird als überwachungsinstrument und schikane interpretiert was fragen zum föderalismus aufwirst trotz neuer gesetze in deutschland wird bayern weiterhin den umgang mit cannabis einschränken die diskussion über die legalisierung bleibt kontrovers während die csu ihre repressiven maßnahmen als gesundheitsvorsorge tarnen möchte die zukunft von cannabis in bayern bleibt gegenstand politischer auseinandersetzung wir fragen uns wie lernresistent eine partei eigentlich sein kann aber hier ist wohl einfach viel geld im spiel ja kampf um sperrzonen in städten bundestagsausschüsse schlagen vor bereiche in denen der konsum untersagt ist auf 250 meter rund um schulen suchtberatungsstellen bahnhöfe und anderen einrichtungen auszudehnen also statt 200 meter doch die unternehmen und gerade patienten befürchten dass dies für den öffentlichen konsum auch aus medizinischen gründen erschweren oder unmöglich machen könnte kantorage geschäftsführer philipp schetter waren sogar davor dass patienten nicht mit google maps prüfen sollten oder könnten ob der konsum erlaubt ist das führt also wieder zu strafverfolgung und macht es unnötig kompliziert er laut einer studie von kantorage könnten die 250 meter regelungen den konsum in münchen auf über 48 prozent der stadtfläche verbieten und ja in berlin auf etwa 36 prozent also die start-ups setzen nun auf einen gesetzesentwurf des bundeskabinetts das cannabis ab nächstes jahr legalisieren will allerdings mit kleinen schwerzonen der zumindest mit ausnahmeregelung für patienten behaftet ist so eine kleine meldung aus der schweiz schon wieder ein neues pilot projekt ja das baselbeat startet noch dieses jahr ein großes pilot projekt zur legalisierung von cannabis für den nicht medizinischen zweck organisiert in zusammenarbeit mit einer deutschen firma das grasshaus projekt bzw die studie mit fast 4000 teilnehmenden untersucht konsumverhalten und auswirkungen auf die gesundheit professor michael schaub vom schweizer institut für sucht und gesundheitsforschung kurz ISGF betont dass die erkenntnisse eine grundlage für die gesundheitspolitische diskussion über den verantwortungsvollen umgang mit cannabis bieten sollen die sanity group organisierte studie jedoch wird kritik an ihrer kommerziellen ausrichtungen geäußert snoop dogg und andere prominente investoren haben das projekt irgendwie finanziell unterstützt in ein erster laden in all schlimm wenn ich das richtig ausgedrückt öffnet bald ein zweiter in liestal folgt gegen ende des jahres eine meldung aus australien in viktoria wird in kürze ein pilotprojekt für cannabis am steuer starten das projekt wird von der verkehrsbehörde elwig roads geleitet und soll die auswirkung von cannabis auf die verkehrssicherheit untersuchen an dem projekt werden 1000 medizinische cannabis patienten teilnehmen die in den letzten zwölfen monaten mindestens einmal cannabis konsumiert haben die teilnehmer werden gebeten auch freiwillig an der reihe von tests zu beteiligen darunter blut untersuchungen fahrtests fragebögen er die ergebnisse des projekts sollen dazu beitragen dass die geltenden gesetze und vorschriften für den cannabis konsum am steuer zu bewerten also derzeit ist es in viktoria illegal unter dem einfluss von cannabis zu fahren wir wollen sicherstellen dass wir die richtigen informationen haben um die verkehrssicherheit zu gewährleisten sagte der verkehrsminister ben carroll wir haben dieses pilotprojekt soll uns helfen ein besseres verständnis dafür zu erhalten wie cannabis in straßenverkehr beeinflusst das pilotprojekt wird voraussichtlich im ersten quartal 2024 starten ja schade dass bei uns nicht auch schnell sein projekt gestartet wird meine lieben das war's auch schon diesmal vielleicht ein bisschen länger als sonst wir hoffen auf eine schnelle und vor allem gut durchdachte regulierung von cannabis in deutschland ist jetzt verschoben worden ersten ersten auf den ersten dritten in diesem sinne bleibt gesund lasst ein kommentar hier macht die glocke bei euch an damit ihr bescheid bekommt wenn die nächste sendung kommt ja und bleibt natürlich gesund wir sehen uns beim nächsten mal ja und übrigens wenn ihr uns unterstützen wollt könnt ihr jetzt auch auf patreon tun bis die tage